Hallo, mein Name ist Thorst Babnick. Ich arbeite bei der Bestattung Wien im Kundenservice. Stirbt ein geliebter Mensch, ist man zunächst emotional völlig überfordert. Heute möchte ich Ihnen erzählen, was wir als Bestattung für Sie tun können. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch das Bestellprozedere durch. Gemeinsam werden wir den Sarg aussuchen, den Blumenschmuck wie Kranz-Sarggesteck, die Paten gestalten und selbstverständlich können Sie bei uns auch passenden Erinnerungsschmuck Ihres liebsten Verstorbenen auswählen. Auch nach der Trauerfeier sind wir gerne für Sie da. Gemeinsam kümmern wir uns um alle Ab- und Ummeldungen. Als größtes Bestattungsunternehmen Österreichs sind wir seit mehr als 100 Jahren für Sie da. Egal, wo der Sterbefall passiert, ob im Inland oder Ausland, kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne. Ausland Untertitelung des ZDF, 2020